Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, unser Minecraft-Chomp-Roller, tschüss Fabi, mit dem Osran und mit Fabi. Mann, ich habe satt, Tag für Tag, geht doch weiter weg, oh Fetzer, für Tag, in dieser Miene zu arbeiten. Ich habe es auch satt, Tag zu Tag in die Schule zu gehen. Ich hau jetzt ab, ich komme hier aber nicht weg. Hier ist keine Leiter, ich werde ins Wasser springen müssen, wusste ich, ihr wirst da. Ja, hä? Man muss wirklich ins Wasser springen, pass auf. Das ist so easy. Oh. Oh Neo, ist wieder die Leiter drunter. Hä? Hallo. Hä, was ist die Flachse? Ich kann mir jetzt zu schön auf den Block drauf springen. Nein, du es nicht. So, kannst du auch nicht. Hä, ich komme an der Schild. Aber dahinten ist die Druckplatte. Hä? Hey, wie du willst hier weg. Ah, ich komme mit dir und folge dir den Holzweg. Ja, super. Das hat wirklich den Holzweg. Nein! Wow. Haha, hi Fabi. Tschüss. Ey. Wo ist der Verzack jetzt hin? Ja, zurück zum Checkpoint. Hellloll. Falsch! Nein. Ich bin von übersehen. Oh. Ja, sag das doch. Hi, wie du willst hier weg? Ah, ich komme mit dir. Folge den Holzweg. Achso, du hast schon vergelesen. Hä? Tja, schon schwer, geil. Ja, ich bin schon wieder so dumm. Ja, ich bin schon wieder so dumm. Ja, ich bin schon wieder so dumm. Ja, was ist, was wir da hinkommen? Wieso ist es so so dunkel hier? Deshalb stellt man die Minecraft-Helligkeit auf ganz hoch. Ist doch eigentlich ganz oben. Glaube ich. Und die Bildschirm-Helligkeit stellt man höher. Boah, da wäre ich so gewockt mehr. Hört sich den Scheiß hier ausgedacht. Ich bin nicht konzentriert. Super, du hast es geschafft, aber bis zur Oberfläche sind es noch ein langer Weg. Hier hast du eine Enderperle. Werfst du der Fläche? Was mache ich denn? Also, das wurde, ähm, boah, ich bin so doof zum Springen heute, Gott. Ich hab jetzt schnell weiter vor eine Wache. Ja, bevor ich komme. Achso, dieses Video, äh, dieses Video sei schon. Äh, dieses Jump'n'Run wurde durchschnitt sechs Minuten gespielt. Das bedeutet, wir brauchen drei Stunden. Ich komme wieder bei dem... Oh, geht doch. Check hier den Weg nicht. Hier gibt es zwei Wege. Was sind beide Richtig? Wo bist du gerade, Fabi? Ähm, Checkpoint... Nein, hä? Das geht nicht mal. Wo bist du bitte an mir vorbei? Ich bin bei Checkpoint 3, du und die ganz Beste. Ach, nee, warte, da sind die nicht tot. So, du hast es geschafft, aber jetzt bis zur Oberfläche. Ach, hier, hier, hier. Hey, woher muss ich werfen? Ja, eigentlich. Die Oberfläche nach da oben. Rechts oben, gell? Äh, nein, 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 nein. Doch, rechts oben, ja. Oh. Oh, ging das gerade noch? Geschafft. Bist du da auch irgendwo? Ja, ich bin ein bisschen weiter. Bist du linker Weg oder rechter Weg gegangen? Linker musst du, weil sonst hast du keinen Checkpoint. Aha. Schön, dass du es bis hier geschafft hast. Hier, nimm diesen Trank. Aber ich kann nicht von oben zur Plattform springen. Viel Glück. Super Moos vielleicht auch. Hallo, ich habe gerade ein Checkpoint übersehen, aber trotzdem geht's. Ja, hier. Ei! Ich habe noch ein paar Blöcke platziert, damit du schnell leer nach oben kommst. Viel Spaß damit. Nein. Alter! Hä? Genau. Oh, hast du geschafft? Äh, ich nicht. Äh, jetzt. Äh, äh, äh. Äh, das ist die Treppe. Äh, ich spring nie da drauf, weil ich das nicht sehe. Äh, mach die Augen auf. Hallo? Puh, du hast es fast geschafft. Jetzt musst du nicht aufgeben. Du musst nur noch diesen kleinen Parcours machen, dann bist du am Ziel. Es wird gut tun, endlich mal wieder Sonne. Sonnenlicht zu sehen, mein Gott. Oh, nee, Parcours, Alter. Hey, ich check dich, ich komm da nicht hin. Wow, ich habe vorbeigesprungen. Was ist so wieder? Rein, jump and run, okay, aber diese Scheiße. Ich soll mal da hinkommen. Du, du, du. Moment. Oh, Leute, hier. Moment, Freundchen. Moment, Freundchen, du musst hierbleiben. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Ich werde dich erst mal gefangen nehmen müssen. Ach, ne. Okay. Aber ich muss hier arbeiten. Du musst hier erst mal drinbleiben. Oh, hey. Oh, hier ist ja ein Loch, wo es wohl hier hinführt. In die Klapse. Wie es aussieht, wurdest du auch geschnappt. Ich habe das Gitter zerstört, so dass du fliehen kannst. Los, schnell weg. Go, 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 go. Was ist denn? Wie hast du den Einsprung geschafft zur Platte? Ich schaff den irgendwie nicht. Hey, zum Schluss einfach springen. Ja, ich schaff den irgendwie nicht. Ich prall immer genau davor ab. Boah, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich weiß aber auch warum, weil ich zu spät springe. Du fliegst später irgendwann 100 Blöcke oder sowas hoch. Ja, das finde ich geil, wenn ich dann... Ja. Oh Gott. Ah, so geht das. Total. Du musst hier drin bleiben. Oh, ja, danke. Ah, Fabi. Da kommt noch was von der Stelle mit so einem Boost. Was? Nein. Doch. Oh nein, ich hasse sowas, wo direkt ein... Am Kopf soll die Decke ist. Ich bin hasse ich. Hello, bist du schon hinter mir? Wow. Hey, hey. Alter, Fabi, gleich mal einen Abgang. Wow. Warte mal. Ja. Ey, Junge, ich versuche hier durchbauen. Ach, du Scheiße. Geht ja nicht, weil hier alles rum ist. Ah. Du bekommst von Blindnes-Effekt. Hm? Du bekommst von Blindnes-Effekt gleich. Vollkommen verbirrt. Hey, ich komm ja nicht. Ich komm ja nicht. Ich komm ja nicht. Du da. Musst du ganz... Ich bin wieder zu weit oder zu kurz springe oder wieder zurück. Da gibt's keinen Sprung. Ach so, du hängst mal bei dem einen doofen Sprung da. Ja. Wie geht der nochmal? Hä? Ja, man muss bis an die Karte laufen und dann muss ich springen, oder? Oh, nö. Alter, was denn gerade mit meiner Maus los haben? Super. Ich bin echt bei 800 MB. Ich bin bei 600 MB, alter. Ja, Minecraft. Und das ist Junk and Run und nicht wirklich aufwendig. Ja, komm. Junge, ich schaff diesen Sprung nicht. Jetzt mal real. Oh. Wow. Aber die Map ist, denke ich mal, aufwendiger wie die Tiefenmaße-Bilders. Aber mir sind die Master-Passes-Folgen 8 GB. Oder sowas. Nein. Oh, fick dich schon. Krieg, ist das richtig, dass ich hier bei dem Checkpoint noch... Ja, das geht gleich weg. Das geht gleich weg. Ich hasse den Sprung. Ich muss diesen ein... Nein, ich war doch gerade da. So, geht doch. Wieder für 50 Tode, Fabi. Allein mehr von 50 Tode bist du jetzt. Ja, wir haben bei einer bei 6 Mal Tode. Namens Fabi. Ach, du bist immer noch beim selben Punkt, oder was? Ja. Da ist kein Checkpoint. Also... Ich komme hier nicht mal weg, das ist ja das Witz. Weil ich denke, ich stehe noch da drauf, weil er so aussieht. Dabei bin ich schon drüber. Ich hänge an diesem verkackten Sprung. Ah, leck. Junge, wieso geht der Speed nicht weg? Der geht später weg. Quatsch, bleib doch mal eine Sekunde da stehen, du Fischkopf. Ah, lol. Boah. Habe ich schon zweimal das gesagt? Nö. Das kommt bei mir nicht an. Ja, das stimmt. Nein. Möchte die Aufnahme hören. Nein. Möchte die Aufnahme hören. Aber die kommt vieles nicht an. Geht doch. Mann, ich möchte jetzt endlich hier weiter. Nein. Boah, Mann. Wie viele Punkte muss man... Äh, wie viele Sprünge muss man hier noch machen? Ich komme nicht mal da drüber. Betonung, Trump Run geht bei dir. Ja, geht hier eigentlich auch. Ja, sei es. Das ist Trump Run. Er bleibt dann so ein Abfuck. Ne, eine Sekunde warten. Ja, nee, habe ich ja. Oh. So, und hier muss ich jetzt so. Geht nicht. Deswegen komme ich auch immer da drüber, geil. Oh. Der Ossi sprintet dann einem durch und ich komme da nicht drüber. Genau. Es ist halt ein Trick. Welche andere, das schaffe ich auch nicht. Lol, du hast recht, da kommt man ja viel weiter. Ups. Ich glaube eigentlich, auf der Stelle immer nur auf Space stehen. Ja, viel Spaß. Ja, da muss man ja wirklich so durchrennen. Ja, hä? Wo ist denn das gelandet? Hä, was war das gerade für ein Park? Oh, Junge. Lol. Hops. Nein. Hey, lol. Wie gesagt, easy going. Ja. Als Belohnung, dass du es soweit geschafft hast, werde ich für dich ein Portal zur Oberfläche öffnen, um dir den Weg zu ersparen. Mann! Ossi, Ossi! Ich glaube. Alter, noch lauter. Ist noch lauter. Ja, man hat dieses Geräusch gehört. Ja, das hast du ingame. Mann! Mann! Ist weg. Musst du nicht machen, du kannst zu oder so fliegen. Ja, gut. Juhu, hab gewonnen! Ey, bist du schon durch? Nee, aber... Du bist... Ich stehe da da. Und Oss befindet sich jetzt im Spektrums und kann jedes Duell somit nicht mehr gewinnen. Tja, Fabian. Ich hab doch schon durch. Man kann so fliegen! Ohne den Modus! Ja, ich weiß, ich bin jetzt immer in dem Modus, also. Ja, also hab ich gewonnen. Juhu, findest du gut. Hey, du kannst gar nicht gewonnen haben, weil ich schon drinnen war im Spiel. Ja, trotzdem. Das zieht jetzt, weißt du noch. Das zieht immer noch, oder was? Ja, klar! Was denn Müll? Das hab ich verloren, nur weil... Hä? Tja. Mann! Nein, weil ich einmal kurz von Wege runtergegangen bin. Leute, ich sag einfach, wir sehen so nix in John Brown. So, sind wir zurück. weiter. So, sind wieder zurück. Ozzy, wo bist du? Hinter dir, du Fischkopf. Hä? Seh dich nicht. Hinter dir! Du bist auch doof. Nein, man sieht dich nicht. Ja, tschüss. Ja, du bist auch mal. He? Oh loll! Oh ne, oder? Du musst einfach nur... Die gehen immer weiter auseinander. Da bist du noch mehr darauf. Das kommt dabei rum, wenn Fabi ein App auszuholen. Da müssen wir gar nichts rumlaufen. Oh, bist du? Ja, genau. Er bleibt stundenlang stehen und auf einmal rennt er komplett durch. Nein. Nein. Oh. Ne, warte, damit... Nein, dahin, 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 da... Nein, hä? Dahin, 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 dahin. Nein. Hä? Hex. Dahin, dahin. Hex. Dahin, dahin, dahin. Hä? Ich komme nicht auf diese Erdplattform. Nein. Dahin, 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 dahin. Dahin. Danke. Nein. 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 Hex. Hey, vor allem, du wurdest mir immer eingeblendet und dann wieder ausgeblendet. Nein. scheiße ich hatte jetzt schon checkt man ich hasse da ich hab keinen bock mehr auf diese scheiße jetzt sind dann keine sorge das ist eigentlich wo du da gerade bist aber trotzdem habe ich fast zwei minuten gebraucht hier kommt man echt nicht mehr weiter gefühlt ah zack alter ist gerade geleckt oh mein taster ist wenn man in einem steht ich seh dich endlich mal du bist auch blind und hihihi oh hilfe oh gott von wo bist du gesprungen scheiße vom block alter nicht ja deswegen fragst du denn ja von welchem block weil du musst immer bestimmte blöcke springen da oben ist ein eisengolem ne weiß ich ja der boxt dich runter nein boxt er nicht mann komm da nicht oh jetzt scheiter stehe schon beim gold scheiß ding alter scheiter ist schon beim gold ding nein ich habe es geschafft mit dem gold äh eisen auf kohle nein vergewaltigung der leertaste nein ich bin scheiß abgesprungen du musst immer den kürzes gesprungen wählen ich weiß auch nicht was wir hier gerade machen äh nein wo guckst du du hast über zehn zehn dämonen ich weiß nicht mehr ja gerade eben hat zu mehr natürlich ich bin gerade stehen geblieben das ist locker oh 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 kann ich hier nicht verbuddeln mann halt ungelogen guck bei mir ist wir brauchst du die auf jeden Fall ein bisschen schön aufgebaut die ist einfach nur ein bisschen ein paar klötze gesetzt äh die heißt ja auch all blocks auf minecraft ja bin auf kohle ha hat ein checkpoint nein 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 hat den checkpoint nicht er ist oh fuck er hätte ich geschafft und er habe daneben gezielt ich bin nicht durchgerannt tja das ist ein problem wenn du stehen bleibst dann ist es vorbei mann das hängt bei mir auf der kohle alter ich weiß eigentlich wie es funktioniert aber ich mach es nie ja jetzt hast du es schon zum 20. Mal zu sagen ja so geht es aber oh scheinbar ist das Spiel aufgesprungen nein ich rutsche von der Schrifttast da Hilfe sind meine Hände schon wieder schwitzig ich habe dich nicht beachtet habe ich springe habe ich den verkackt ich war fast da da wo du gerade warst war schon dreimal hm da wo du gerade warst war schon dreimal ich habe es ja immer verkackt ich war auch schon dreimal da oh auf ab ja ich würde sagen das war es mit dem du bist dran Das war's für diese Folge Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein, schönen Tag noch Tschöö